Connyland News Connyland präsentiert die Weltneuheit Connylands unermüdliche Suche nach neuen Attraktionen wurde bereits 2014 mit dem spektakulären Mammut Tree belohnt und auch preisgekrönt. Auch für die neueste Attraktion und die dafür notwendigen Dreharbeiten in London leistet das Connyland derzeit echte Pionierarbeit. Very exciting! Ja, natürlich, das Ganze ist ein besonderes Erlebnis. Erstens haben wir sowas noch nie gemacht vor einem Greenscreen. So einen Film haben wir noch nie geproduziert für unseren Park und es ist alles neu und natürlich exciting. Die Storyboards und Skripte sind jedenfalls schon drehfertig. Vielleicht noch ein paar Änderungen. Und dann geht's für den Hauptdarsteller Gaston in die Maske. Aber welche er trägt? Demnächst mehr. Von Barber Und dann geht's für den mir in die Lust auf den Haare öfter majestellt. Vielen Dank.